Also was ist mit dem falsch? Sie schielt doch nur, was ist los mit dem? Boah Freunde, würde ich ja wegen sowas ausrasten? Ein herzliches Danke an dich, Terra Scharre, du hast die Glocke aktiviert. I love you. Um im Video gegrüßt zu werden, müsst ihr den Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken, einen Haken hinterlassen und speichern. Danach kommentiert ihr mit Hashtag Glocke aktiv und schon werdet ihr vielleicht im nächsten Video gegrüßt. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das nächste Video kennt oder nicht. Auf jeden Fall hat es schon unzählige Klicks und ich persönlich habe es noch nie angeschaut. Und zwar geht es darum, da hat eine Frau so eine Brille auf und wenn sie es hier abzieht, passiert was Spezielles, würde ich jetzt mal sagen. Also so wird es in dem Titel beschrieben, behauptet, keine Ahnung. Ich denke, die meisten kennen es schon von euch. Naja, ich schaue es mir jetzt gemeinsam an. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es mit mir anschauen. Wenn nicht, dann schaltet einfach aus. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Let's fucking go. So. Okay. Also Körper ist schon mal nicht schlecht. Aber ich würde jetzt gerne mal wissen, was passiert, wenn sie die Brille abzieht. Würdest du mir die Nummer geben? 100 pro sie sagen erst ja wahrscheinlich blutet sie dann am auge oder irgendwie sowas wie ein geier will sofort hingehen also was ist mit dem falsch sie schielt doch nur was ist los mit denen krass freunde würde dir wegen sowas ausrasten total unverständlich was ist mit denen los ich glaube jetzt ernsthaft jetzt mal no joke glaubt ihr das fake oder ist real ich glaube der geht mit oder was freund jetzt mal ganz ehrlich mir war das scheiß egal also ich finde ich persönlich finde sie trotzdem eine schöne frau die augen klar ist jetzt nicht hoch aber ich meine das kann jeden treffen wenn man mit den augen schielt ich meine sie kann wahrscheinlich am wenigsten dafür dass sie so aussieht mit ihren augen und dass sie dafür so abfuhren bekommt das ist schon krass finde ich okay er sagt auch am anfang gleich ja ach du scheiße er redet sich noch aus mit alter krass 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 ja freunde wie würdet ihr reagieren also ich persönlich mir wäre das scheißegal mit den augen also ich denke jeder hat so seine eigene meinung aber in diesem video ich glaube das war wirklich fähig weil ich kann mir nicht vorstellen dass keiner keiner wirklich keiner ja gesagt hat sondern nur nein wegen den augen naja lasst mich wissen was eure meinung dazu ist schreibt und die kommen daran wenn ihr lust habt und wenn nicht dann halt nicht